es wäre schön wenn wir jetzt in dem waren vielleicht ist wirklich schafft mit der waffe bis ganz nach oben zu kommen wäre ja 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 sehr gut leute werden wieder aufdringlich so kommen die alle her nicht mal verpissen das letzte plattenteil nicht gekriegt ich habe einen plattenvertrag nicht bekommen unten ist noch was gibt da ist ein plattenteil alter voll weg gekegelt wir sind schon ganz schön aber wir sind schon ganz schön schön was wir sind schon ganz schön weit oben nicht lange dann haben wir die oberste etage erreicht nummer acht perler gute neuigkeiten wir wissen nun wohin sich ort nuckel verkrümmelt hat ja sag mal ich glaube ich weiß was gleich kommt da von ort nuckel bisher weit und breit nichts zu sehen war bingo der einzige ort an dem sich ort nuckel aufhalten kann ist der kontrollraum in der obersten etage das hätte ich dir auch sagen können war ja klar ich habe da ein ganz mieses gefühl aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig konzentriere dich aufs ziel nummer acht äHn und dann verteidigen wir mal wieder die zonen es ist nur eine zone eine riesige zone nur gut sondern richtig schön eskalieren hier boom keine chance die gegner sagte vielleicht nicht zu übermütig sein die gegner nerven gezent kommen gar nicht mehr drauf klar cool also die zone ist wirklich mehr oder weniger entspannt ok alles scheiße ob wir es bis zu ort nuckel schaffen werden wir sind nah dran aber nah dran ist nicht am ziel ja nummer acht muss die etage leider ohne mich rocken alle wiese wie sie da so eingesperrt ist alle voll fies die arme perle toll ist der turm da ist der turm oje 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 geht schon wieder los geht schon wieder los hier nein kann jetzt sind sie mehr ich brauche dich weg wobei bringt mir das irgendwas mit perle nicht da ist ja genau scharfschutz ist auch noch da läuft läuft bei euch schnell 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 oh holy smokes lenke wirkung schon wieder turm ja ok kommen machen wir so perle ich hoffe du konntest dich in der letzten runde ausruhen jetzt brauche ich wieder hier deine volle unterstützung bitte schon wieder die gleiche oder ne ist nicht die gleiche stage nur eine ähnliche stage kann ich wieder schön von hier oben außen ballern na stimmt die stage müssten wir eigentlich schon mal gehabt haben jo mal ein bisschen schaden hier für euch da muss man dran glauben hier und schluss voll runter geflogen der arme in einem jahr fast schon wieder leidtun aber nur fast geh weg geh doch alle weg lass mich doch einfach alle in ruhe auf mein freiaum schaboom ja perle so ist gut so ist gut so kann ich mich ein bisschen regenerieren und weiter geht's nice kann ich von hier aus schießen ja sehr gut ob das jetzt so klug war ich glaube nicht ich komme nicht durch wir stehen alle im weg ja 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 Woah, woah, woah! Oh! Hoo, 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 hoo! Ah! I just need Sotaro. Ja, komm, machen wir das. Ich hab noch alle drei Leben. Das ist der letzte Raum vor Ort Nuckel. Komm. Wir haben's doch gleich. So, den ersten Hammer, sehr gut. Ja, genau, das sind zwei von denen hier. Hier, tschüss. Weg hier. Warte, die rasten hier. Warte, die rasten hier grad völlig aus. Die rasten hier grad völlig aus. Holy shit. Was ist denn das hier? Hilfe! Okay, wo ist er? Da drüben ist er. Und sogar zwei. Einen hab ich erwischt. Sehr gut. Sheesh. Hier geht mal weg hier. Ah! Ah! Nein! 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 Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Äh! Ah! Ah! Hilfe! Ah! Nein! Ah! Nein! Ah! 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 Hey, es ist doch nur noch einer. Wo ist der? Da war er. Ey, Odd Nuckel, wehe. Wehe, du bist jetzt ein Arschloch. Da wären wir also die oberste Etage. Und du glaubst wirklich, dass sich Odd Nuckel hier aufhält? Ja? Allerdings, der Schurke scheint sich in den Kontrollraum verkrochen zu haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Odd Nuckel uns die Palette in Ruhe neu konfigurieren lässt. Aber darauf wetten würde ich nicht. Möglicherweise müssen wir erneut gegen den Glibberkerl kämpfen. Gegen den Glibberkerl. Halte ich lieber schon mal bereit, Nummer 8. Nö. Ach, nö. Muss das wirklich sein? Müssen wir das ganze Szenario hier nochmal machen? Aber es sieht wieder friedlich aus hier. Frische Luft. Wobei, gibt's im Cyberspace überhaupt frische Luft? So. Gut. Okay, Leute. Gehen wir es an. Da ist er wieder. Hey! Achso, nee, das ist Perla. Hey, was treibt Odd Nuckel denn hier? Kein Stress, Kleiner. Lass uns nur kurz vorbei. Also, lass uns vorbei, ja? Wann du magst? Ich glaube, das sollte heißen, wenn du magst. Okay. Keine Ahnung. Ihr Doofis, gewinnt gegen mich und trom... Gewinnt gegen mich und trampelt dann in mein Schlaf... In mein Spielzimmer, okay. Ihr seid gemein. Das ist ja eigentlich schon echt knuffig irgendwo. Äh, ziemlicher Unterschied zu Ordnung, findet ihr nicht? Irgendwie schon. Ob deine Heulboy in den letzten Kampf Teile seiner Persönlichkeit neutralisiert hat? Blöd, blöd, blöd seid ihr! Habt meinen Traum ruiniert, ihr fiesen Gemeinlinge! Gemeinlinge? Alter, der redet wie so ein kleines Kind, ey. Wobei, er sieht aus wie so ein Baby-Oktopus. Also, ja, wahrscheinlich, ja. Diesmal zerlege ich dich, du Doofi, in Millionen kleine Oktoteilchen! Oh, shit. Oh, shit! Oh, shit! Eins mit der Ordnung. Oh, no, not this bullshit again! Sind wir wieder nackig? Haben wir wieder keine Farbchips? Ah, ne, anscheinend haben wir doch Farbchips. Soll mir recht sein. Äh, wir sind zu näher. Wir sind zu näher! Wir sind zu näher! Oh, gib mir mal die Rüstung. Weil ich mich nicht ganz so nackig fühle. Äh, äh, äh. Dann auch, Menno! Ah, ich hab da eine Barriereplatte gemacht. Sehr gut. Und bums! Und bums! Und bums! Mal schön draufgeballert hier, schön in die Hackfresse. So mit das. So mit das. Und nicht anders. Jawohl, Meister! Komm schon! Komm, 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 komm! Yeah! Räuft! Oh, Meister ist futsch! Und... Full Power! Brums! Oh, oh. Herrler, du kannst ruhig ein bisschen mithelfen. Ich hätte gern wieder diese ganzen Farbsättigungen. Das wäre eigentlich voll cool. Cool. Alter! Bleib stehen! Okay, da drüben sind noch ein paar... Tentakeln. Da... Da... Uiuiuiui! Uiuiuiuiui! Uiuiuiui! 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 Ich muss jetzt doch mal mit die Tenten... ...die Trizuka einsetzen hier. da wird mir gerade hier ein bisschen zu voll der dreht jetzt ein bisschen auf hier ein bisschen sehr auf sehr gut wie viele items hier rumliegen wo ist das nächste da ist das nächste was das barriere futsch die barriere ist futsch hier bin ich in dem angriff ausgewichen sei fast schon ein der nicht gerade gefetzt okay scheiße 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 ich muss jetzt aufpassen der ist jetzt hier sehr aggro und wie aktuell ist ja da mach ich doch mal nützlich ich brauchte sind sogar ich brauchte hinzu ich muss ihn am besten mit der tanzuka erledigen voll in die fraisen geschossen der macht wieder nach ort nückel du lernst es aber auch nicht ihr schumler hat schon ihr gewonnen voll unfair klasse gemacht nummer acht eine palette kann nun neu konfiguriert werden von mir aus aber bildet euch nur nichts ein ich kämpfe weiter für die träume von allen ja mach mal geschafft naisu da ist so haben wir einen neuen spinn schlüssel für uns der 399 perl noch kommen eine hätte die immer ruhig noch geben können ja und den klexa replik wunderbar habt ihr mitbekommen was ort nückel gesagt hat für die träume von allen in meint er wohl vielleicht alle die träume von dj octario ok was zum ich dachte du sagst das marina ey der typ da schiebt mich weg hallo ja quetscht sie drängelt sich hier erstmal mir vorbei was zum sogar octario hat eine palette der war mal dein chef oder wir werden diese palette als rache dafür benutzen dass er dich so hart schuften lassen naja so schlimm war es gar nicht aber benutzen werden wir sie natürlich trotzdem tut mir leid mit chef octario interesting oh und cypher hat auch irgendwas neues anscheinend uuuuuh octoling eine strebsamkeit hat mein sortiment erweitert erweitere dein spielerlebnis ah ich sehe schon wenn wir anscheinend den turm immer und immer wieder komplett schaffen dann kriegt cypher hier anscheinend neuen stuff für seinen für seinen shop haben wir marina hier so als pixel figur nice sweet 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 gut aber wir wollen mal ein bisschen hacken hier ein bisschen was machen maximale versuche rüstungslos oder wie sieht es mit dem angriffsschaden aus yeah komm angriffsschaden let's go das nächste kostet 500 puh gut leute ich würde dann an der stelle sagen das sieht aus wie wie heißt wie heißt das wie motineva dieses eismotten pokémon aus der achten gen irgendwie so das erinnert mich irgendwie voll daran naja gut ich würde dann sagen ich beende die aufnahme hier hätte nicht gedacht dass ich das hier jetzt nochmal in einem rutsch schaffe hier mit der mit dem kleckser aber gut ich werde jetzt eine private training session einlegen beziehungsweise eine session bei der ich perlen sammeln werde keine angst ich werde den turm nicht komplett hier mit einer neuen waffe machen sondern mit denen die ich schon geschafft habe ich hoffe euch hat soweit gefallen und wie immer würde ich mich freuen wenn ihr auch beim nächsten mal wieder mit dabei seid und denkt daran immer schön zocken ciao ciao